Da sind wir wieder bei. Let's Play Technomage. Die Rückkehr der Ewigkeit. So, in der letzten Folge. Ich mache direkt weiter jetzt, weil ich auch ein bisschen gespannt bin. Wo muss ich denn jetzt hin? Auch nicht da runterfallen. Hier, genau. Denn wir sind jetzt die ganzen Tore öffnen und durch die Gegner. Ich glaube, das war das letzte Tor. So, kann halt sein. Hier ist eins, hier ist eins, da ist eins. Das war der letzte Tor, glaube ich. Super, und dann soll ich gleich mal hier speichern. Ja, ja, komm her. Der fällt doch gleich runter. Bravissimo. Das war ja ganz toll. Komm her, du Penner. Ah, ja. Habe ich doch schon längst gesehen. Ähm... Nein! Meh. Ist denn das Viech noch da? Nein, ist es nicht. Wie schön. Weiter. Ja, ist ja gut. Ich gehe mal die andere Seite lang. Vielleicht ist das, äh, erfolgsorientierter. Oh gut, okay. Okay. Ich bin lernfähig irgendwann. Ich gehe über die Mitte. Na, halleluja. Es wird ein Spaß. Ähm. Kann man da überhaupt drüber? Ich gehe nochmal links lang, weil da sind wir ja relativ weit gebunden. Wie... Ist gar nicht schön. Nein. Ich zweifle gerade so ein bisschen an mir. Alter. Ja, sehr gut. Braver Melvin. Brav. Da fällt er wieder runter. Fuck. Wie geht denn das? Na ja, jetzt brauchen wir noch genug Zeit hier. Ja, genau. Okay, das hat schon mal gut geklappt. Ich versuche das besser mal mit der Tastatursteuerung, wenn ich... Ich muss mit dem Mausrad drücken, um zu springen mit dem Maus und das, äh... Wenn ich da die Kamera drehe, ist das schon ein bisschen scheiße gut. Das klappt so auch nicht ganz. Ja, ich komme dann auch irgendwann rüber in den nächsten drei Jahren oder so. Aber wir können jetzt vielleicht ein bisschen... Okay. 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 Nein! Alter, dann springe ich gleich mal da rüber und versuche das nochmal. Quatsch die Taste. Alter, das kann doch jetzt nicht wahr sein. So, nochmal... Eins, hopp. Zwei, hopp. Drei. Hopp. Jawohl. Ähm... Ich glaube, das geht schneller, wenn ich jetzt hier mal zwischendurch speichere. Ich bin jetzt da, ich will da runter hin. Okay. Super. Speichern. Ey, das ist mir gerade lieber, dass ich hier mal speichere. Ja, möchte ich. Oh, geschafft, ey. Scheiß drauf, wenn da was war. Ist mir jetzt auch egal. Aua. Gut, ich gucke mich schnell mal hier unten um. Ne, da oben würde ich schon gerne. Ach. Aua. Okay, die sind weg. Ich muss, glaube ich, sogar da oben lang. Wahrscheinlich. Aua. Ja, wahrscheinlich. Gut. Auch nach oben. Und vorher noch einen kleinen Gesundheitsrank. Geil. Hat schon mal nicht geklappt. Bravissimo. Für mich. Aber ich würde schon gerne... Ja, nein, ähm... Blöde Sprung-Einlagen. So heißt die Folge auch. Blöd oder dämliche Sprung-Einlagen. Meine Fresse, jetzt geh hier hoch. So. So. Alles klar, ich glaube, hier speichere ich jeden Sprung. Versucht nur ein paar Mal, wenn es dann nicht gab, dann speichere ich einfach jeden Sprung. Ich könnte ja auch außen lang, aber ich will es hier in der Mitte haben. Okay. Hier speichere ich. Ja. Ähm. Dann lade ich. Ja. Dann, äh, lade ich. Ja. Dann lade ich. Alter. Ja. Ich will dir den scheiß Prank haben. Ich könnte jetzt noch mal so weitergehen, Leute. Speichert hast du auf jeden Fall. Alter, irgendwie springt der nicht, wenn ich drücke. Ich bin ja immer... Ja. Aber das Laden geht ja zum Glück relativ schnell. Jawohl. Ähm. Laden heißt es. Hier nochmal speichern. Die beiden Dinger hier einsammeln. Und auf die Karte schauen. Wo ist denn hier hin? Die beiden noch einsammeln. Super hier nicht. Ähm. Ne. Nein. 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 Weil die Gesundheitsdiener würde ich schon gerne einsammeln Jawohl Und dann speichern Ja ich speichere relativ oft jetzt aber Bringt ja auch was So jetzt gehen wir in die nächste Etage tiefer Kommt jetzt wenn ihr eine Zwischensequenz hier schon wieder nicht seht Huch Aua Erstmal die Insekten Okay Ab hier offiziell weiß ich wirklich gar nichts mehr Ich erinnere mich Ein Morgenstern Das ist eine ideale Nahkampfwaffe Ich frage mich nur Warum sie ausgerechnet hier herum liegt Hoffentlich ist ihr vormaliger Besitzer nicht auch noch in der Nähe Genau daran habe ich mich noch erinnert An den Morgenstern Auch relativ schnell damit schlagen Dann Speichern So Okay Komm ich doch doch Was Hä Hä Okay. Gnade! Ich bin schon verletzt. Ich bin Fredo, ein harmloser Schach. Ich war in Steamer Park, als mich plötzlich diese widerlichen Kreaturen angegriffen und mich in dieses Verlies hinuntergeschleppt haben. Glücklicherweise gelang es mir, durch einen Felsspalt zu fliehen. Dann habe ich mich heillos verirrt. Zumindest habe ich dann diese Räume hier entdeckt, die wohl einst einmal bewohnt gewesen sein müssen. Und einen Schlüssel, der die Tür dort drüben öffnen müsste, habe ich auch. Als ich dann aber versucht habe, auf die nächste Plattform zu springen, habe ich mir das Bein gebrochen. Und seitdem sitze ich hier fest. Ich schwöre dir, bei den Mundtüchern meiner Ahnen, dass ich nichts Übles im Schilde führe. Vielen Dank, mein Freund. Hier ist der Schlüssel. Und nimm auch einige dieser alten Schätze, die ich in einer besonderen Kammer dieses Labyrinths gefunden habe. Vor allem dieser Zauber namens die Eisklaue wird dir dienlich sein. Er friert deine Gegner im Kampf kurzzeitig ein, wodurch du wenige Sekunden gewinnst. Ja gut, das ist ja jetzt logisch. Warte mal, dann mache ich, ich glaube, den finde ich geiler als den Feuerball, weil der nützt irgendwie so gar nichts. Ich mache nur die Fackel. Ne, die muss anbleiben. Geh nur, ich finde dann schon... Achso, ich soll ihm helfen, aber jetzt soll ich gehen. Ähm, dann heißt es wohl, ähm, Speich. Oh Gott, das wird ein Rätsel. Ich sehe es schon kommen. Huch. Okay, das fällt aus. Huch. Sehr gut gemacht. Das war echt toll von mir, ne? Ah Gott, äh, nicht da drauf latschen. Auch nur von vorne, aber wir haben den Zauber noch. Das ist schon mal gut. Ja, gerade können wir nichts anderes tun. Okay. Alter, bist du doof? Ich muss die Kamera öfter drehen, ich merke das schon. Irgendwie... Moment. Meine Fresse, jetzt kriege ich auch noch aus dem Spurs. Ja, ja, ja. Forsch die Gegend. Mein Hals ist so trocken. Ja, ja. Ich sterbe diese Folge in jeder Menge Tode. Meine Fresse, ich nervt das. Na gut, das ist halt ein schon älteres Spiel. Die Steuerung und, äh, auch die Physik und so. Das ist alles nicht mehr zeitgemäß, dass man das... Da würde man einfach auch mal runter. Ja, soweit. Ist halt nicht mehr auf unserem modernen Standard. Da muss man halt mit klarkommen. Das komme ich auch klar. Das zeige ich euch jetzt. Das mache ich jetzt hier ohne Probleme so. Ich bin ungesult. Ich merke dir das. Ich will ja jetzt immer sofort rüberrennen, auch wenn die Brücke noch rauskommt. Oh, meine Fresse, ich hasse das. Ich müsste jetzt eigentlich auch gleich schon die Folge beenden und danach auch mal aufhören. Aber irgendwie möchte ich das gerade nicht. Erstmal Kamera ausrichten. Nicht da drauf gehen, sondern Kamera ausrichten. Also, wie ist das? Jetzt sind wir ja auch rüberrennen, ich glaube, irgendwie ist es die Brücken ausgefahren blieben. Ja, aber nein. Nein. Nein, nein, diesmal warte ich, Kumpel. Irgendwann gehe ich gleich zum Bruch. Alter, ich... So, Kamera ausrichten. Nicht runterfallen, das wäre nämlich jetzt mal schön, wenn ich das mal schaffen könnte. Hier drauf. Hier draus fällt sich das aus. Nicht runterfallen. Ich glaube, ich habe es. Jawohl. Ich habe jetzt einen Schlüssel für mein Inventar. Ja, habe ich. Moment, Alter. Sicher ist sicher. Ich möchte das jetzt nicht nochmal mal speichern. Falls ich wirklich jetzt so inkompetent bin. Ach, geschafft. Okay, der macht dick Damage. Ich muss nur treffen, ne? Aber ich habe jetzt mal eine 20-Minuten-Folge. Geil. Money, money, money. Nehme ich nochmal einen Heilsrang und dann speichere ich jetzt hier nochmal schnell. Ja, speichern. Ja, möchte ich. Möchte ich. Heute kommt gleich irgendein Spinnenkönigin. Ich sehe es schon kommen. Aber das Ding one-headed hier. Alles weg hier. Ich nehme mal den großen. Okay. Ich gucke mich erstmal hier voll um. Gucke die ganze Karte auf. Gucke die ganze Karte auf. Gucke die ganze Karte weg. Hier ist alles clean. Schlag schneller. Ähm, nein. Du lässt es mal schön bleiben. Aua. Diese scheiß Viecher hier. So, tschüss. Hier ist ein Trank. Sieht alles nicht so schön aus. Aua. Super. Ja, komm raus. Ich gucke mal hier in die Mitte. Weg, weg, weg. Weg. Was ist denn hier schönes? Okay. Okay. Das habe ich. Alles muss abgegrast werden. Das ist wichtig. Vielleicht finden wir noch was schönes. Okay. Hier kann ich nicht durch. Ah, ich muss wohl alle diese Knöppe finden. Um das aufzumachen. Um das aufzumachen. Geh doch tot, alter. Okay. Habe ich noch welche von? Hier war ich schon. Aua. Ausrichten. Weiter gehen. Okay. So ein kleines Labyrinth hier. Aber so schwer ist das jetzt nicht. Hier, da ist das Viech. Ich hoffe, das ist jetzt nicht auch zeitlich übergänzend. Das kann ich mir niemand alles merken, wo die alle sind. Äh, nein. So, einsammeln. Was liegt denn hier schönes? Okay. Das habe ich übersehen. So, das muss ich alles aufmachen, ne? Dann muss ich jetzt... Nein. Ja. Aua. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Super, hier ist nix. Na, großartig. Oh, jetzt. Doch, zwei Kästen. Diesmal nicht, du Scheißvieh. Ich bin kaputt. Erstmal so ein Pantalltrank. Das Zuborenhild ist fast alles hier. Okay, jetzt schätze ich habe ich die ganze Gegend. Dann kann ich jetzt mal anfangen, die ganzen Hebel zu betätigen, die ich finde. Und dann wird das jetzt mal eine längere Folge, wo habe ich jetzt einfach mal Bock drauf, weil ich mich jetzt hier... Ich gehe jetzt jetzt alles ganz systematisch ab. Daneben, du Scheißvieh. Ich gehe jetzt erstmal hier außen lang und dann gehe ich in die inneren Bereiche. Alles schön mit System. Oh, guck mal, hier eine Kiste. Hier ist noch einer. Ah, wie schön. Habe ich fast übersehen hier. Also. Hier außen. Ja, ich habe meinen... Ich glaube nicht, dass hier was war, aber ich gucke mir die mal alles schön an hier. Darum sowieso nicht. Ach ja. Jetzt bekomme ich ja verbraten, den ich gefunden hatte. So. Jetzt sind wir hier einmal rum. Dann gehe ich jetzt hier hoch. So, so, so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, so, so. So, so, so. So, so, so. So, so. So. Also, jetzt gehe ich erstmal hier links, rechts, hoch und dann weiter. Hier ist auch nichts. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. Dann jetzt hier rein. Daneben. Hier ist nothing. Jetzt hier rechts. Ja, ja, habe ich gesehen, habe ich gesehen, aber ich gucke nochmal den Gang nach. Nix. Es kommt doch hier gleich wieder so ein Scheiß da raus, ne? Ja, ich sehe es doch. Ja, ja, diesmal nicht, kommt dann diesmal nicht. Diesmal nicht. So, jetzt hier rechts. Okay, jetzt habe ich den Gang, den Gang, den Gang, den Gang, den Raum, den Raum, den Raum. Bleiben nur die hier, ne? Ja, sehr gut. Dann zurück rein. Und ab durch die Mitte, ne? So, hier ist einer. Ach, hier kann ich durch. Eins. Huch. Und ihr denn jetzt, ja? Tschüss. Okay, zwei. Es sind nur drei, oder was? Oh Gott. Drei. So. Es sind nur drei, wir können jetzt da durch. Sehr gut. Dann sind wir auch im nächsten Raum. Wo ich die Folge jetzt echt bin. Oh, ich weiß nicht. Ja komm, eine Folge kann ich nur aufnehmen. Und dann hier durch. Einsammeln. Speichern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir da runter gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.